war eine doofe situation weil ich hab da also wer ist jetzt zu dem wem reingefahren weil ich brauche das für den protokoll und alles der fuchs ist über die straße gerannt hans hat ausweichen müssen und zack lager auf der seite nein was ihr da am ende raus macht dass die bürger und so das nicht mitkriegen du kannst es doch nicht in die akten schreiben bist du verrückt das passiert doch nichts ja und dann kommt hier ein stromberger guckt mal nach was die letzten tage passiert ist und dann passt schon alles das war ein fuchs also ich schreibe rein dass ihr zwar einen unfall gebaut habt nein da war ein fuchs den fuchsen könnt ihr euch auch mal nein da war ein fuchs ich habe ihn genau gesehen guck mal der hand sagt es auch zwei zeugen leute euch passiert doch nichts aber da war doch ein fuchs ich brauche das nur für protokoll zu schreiben ja der fuchs ist von der von hand seiner fahrt richtung aus von links gekommen wollte rechts rüber zum händler und dann hatte hans lenkrad nach rechts verrissen und ist umgekippt so ungefähr schreibt schreibt es auf wir unterschreiben passt schon schreibt ja wir müssen den bericht doch auch eher also auch nicht unsere aussage unterschreiben ja ja aussage aber das machen wir auf der wache ja gut wir machen das hier mit der aussage dann müsste ich schon mal nicht zur wache ja das ist aber das mit dem fuchs kann ich nicht reinschreiben da hängt meine existenz auf dem spiel hey ja frühling da kommen die füchse aus den bäumen aus den bauten kann ich aber nicht machen wenn er da am ende rauskommt da bin ich mein dienst als polizisten los warum soll das rauskommen du weißt die alle du weißt dass es ein fuchs war wir wissen dass es ein fuchs war also alles gut pass auf da kommt schon wieder einer wenn ich mal im wald seine ruhe macht da raus eine geschlossene akte dann braucht der fabi da auch nicht rein zu gucken dann geschlossene akte heißt die sache ist vom tisch da wird ihnen nachgeguckt die würden zwei drei jahren verbrannt so lang guckt da eh keiner rein von dem her was schon was macht ihr da ich glaube der fährt zum traktortreffen was in eineinhalb stunden ist groß der fendt braucht halt ein bisschen länger wie sonne der hat doch hier oben die kirschplantage oder nicht keine ahnung aber kann auch sein pass auf ich schreibe da rein und macht die akte geschlossen das war ein fuchs holka ich schwöre das war ein fuchs guck mal wenn selbst der hand sagt was willst du denn machen er guckt erst mal den reifen jürgen so ja hast du jetzt fuchs geschrieben nee ey das kann ich nicht machen ich mach die akte schon geschlossen leute da kann schon keiner mehr reingucken dann ja das ist aber nicht so auffällig gell ach dass plötzlich eine akte geschlossen ist das ist nicht auffällig wenn ihr zwei das vor ort klärt dann wird die so oder so geschlossen dann wird da eh nix mehr aufgerufen jetzt sei denn wie jetzt beim hans beim letzten unfall mit dem müller dat dat vor gericht geht dann ist die halt nicht geschlossen dann wird die danach erst geschlossen weißt du etwa trotzdem fuchs holka es war ein fuchs der steht beim guck geh runter guck der liegt da noch beim beim feld 18 da oben da hat er sich hinverkochen da liegt er rum geh gucken der glaubt mir nicht feld 18 jo wie ist er 18 da liegt ein fuchs da liegt er noch ja ja da liegt er noch ich verspreche es dir in die hand bei wiese 18 ja weiss schon wie weit das von unverlort entfernt ist na als ich gerade hier hochgelaufen bin habe ich ihn gesehen verbleckern er hat sich noch gerettet dahin ja und ist dann da verstorben ja komm ich geh mit dir runter wir gucken komm und wenn er da liegt wenn er da liegt schreibst du da rein da ist ein fuchs das war ein fuchs so wir fahren jetzt zusammen runter weh da liegt kein fuchs wenn da ein fuchs liegt dann schreibst du rein dass da mach ich die akte noch offen hier wenn da ein fuchs liegt dann schreibst du rein dass ein fuchs war hey stehen bleiben Polizei okay wenn da ein fuchs liegt schreibst du rein es war ein fuchs ja 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 hans fährst du meinen dreck auch runter willst du laufen oder was ja ich lauf er sitzt auf dem beifahrer ja ich bin auf dem beifahrersitz geht das ja seit wann Leute ich muss den eh noch untersuchen ne den fuchs also wenn da keine traktoren sind warum werden der hier nicht hans was hast du mit dem traktor gemacht es könnte vielleicht sein dass er sich verklemmt wird ich glaub da hast du richtig gesehen ich glaub da hast du richtig gesehen ich glaub da hast du richtig gesehen ach ne ne hast du nicht und jetzt war das ähnlich wie hast denn das geschafft warum glaubt ihr nicht dass es ein fuchs war also fällt 18 sagt er jo am oberen rand wiese ja da liegt oben der fuchs am feld am waldrand an der obersten kante an der ganz oben in der ecke wahrscheinlich ne ja klar da der weitesten vom unfallort weg ist ja der ist noch dahin gekrochen ja am weitesten vom unfallort wäre rechts unten aber ich meine links oben hans was hast du da hier fabriziert ey da kommt ja kein piep raus nur hier wo ich bin hast ihn gefunden uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Vor allem noch mit dem Düngerstreuer hinten dran Hoffentlich unterschreibt er das einfach Ich war jetzt einfach beim Warte mal Könnte ich doch kurz ein bisschen arbeiten oder nebenbei Muss ja sowieso drüber düngen Aruna? Ja Was ist los? Aruna? Ja Achso So jetzt was ist los? Machst du jetzt nicht wirklich oder? Ja ich muss auch ein bisschen Geld verdienen Der Jürgen wird schon warten Bisschen arbeiten hat noch nie geschadet Das bestimmt aber Ich muss hier düngen, das ist der Auftrag vom Harry Jetzt düngen die da drüben oder was? Ich bin gleich da Jürgen Ich hatte noch einen Notfall Jaja, ZZ ziemlich zügig, ich sehe euch da drüben düngen Okay Bin unterwegs Keine Panik auf die Titanic Was war denn das? Pass auf Ah hier Was ist hier? Da ist der, da ist der Fuchs Guck hier Ja, ja Tja Tja, siehste, hab ich doch gesagt So, Moment Taktorspuren Wo seht ihr sie? Sucht! Sucht! Kommt, sucht! Ich hab ja nicht gesagt, dass er ihn erwischt hat Der ist hier am Herzinfarkt gestorben Ey Volker, willst du mich verarschen? So lang So langsam Ey Liegt das bei mir aber auch hier im Kopf Ah ne, guck mal, da vorne, die Pfoten fehlen Ja, die fehlt gleich auch was Nein, guck genau hin, die Pfoten fehlen Volker Die Pfoten fehlen Ich hab schon viele Unfälle vom Traktor mitbekommen, wo ein Fuchs vorgelaufen ist Ein Fuchs kommt aber niemals Von dort drüben noch Bis hier hin Und vor allen Dingen nicht ohne Pfote Also Ich hab euch angeboten Ich schreib das so wie es ist rein Das werd ich jetzt so oder so tun Und macht die Akte geschlossen Da kriegt da keiner von was mit, ey Was haben wir für den Schiss, ey? Da ihr zwei ja am Stratrat seid, übernimmt die Stadtrat ja wahrscheinlich die Kosten Was weiß ich Aber Jürgen Ich hab den Fuchs von da drüben dann hierher getragen und dann hab ich einen Notruf gerufen Ich wollte jetzt nicht, dass der da auf dem Wildstraße verendet Pass auf, ich hol den Fuchs mit Sicherer Spur Nein, 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 der muss hier bleiben Ja, siehste Was aus dem Wald kommt, bleibt im Wald Ey Schreib was du willst, sie muss arbeiten Ey Jungs, ich mach die Akte geschlossen und Punkt Davon kriegt keiner was mit Der Fabi guckt da auch nicht mehr rein Wenn die geschlossen ist, dann guckt da von uns aus dem Dienst eh keiner rein Ich sag dir weh, davon kriegt einer Wind Ach wat Dann knüpfe ich dich auf Äh, das hab ich jetzt nicht gesagt Oka Das ist mein Adrenalin Der einzigste, der da von allerhöchstes mitbekommt, ist der Fabi Und Fabi kann da auch nichts machen, wenn die geschlossen ist, ist sie geschlossen Der kann da auch nichts mehr machen Der soll lieber mal gucken, wie er meine Wolle hier auf verschoben hat Ja, also, siehste Dann knöpf dem mal lieber das Hemd auf Jo, ich knöpf dem Semd zu Auf, will ich das nicht haben Ja, oder wie auch immer Ciao Tschüss Danke Jojo Ähm Warum hat der uns das nicht geglaubt? Warum hab ich mich auch nicht, das war so glaubwürdig Das war so eindeutig, was ich gesagt hab Das war, es gab gar keine andere Möglichkeit Genau Du hast den Wuchst vom Unfallort in den Wald getragen und dann den Notruf gewählt Äh Ich glaub der kleine Waldreiser hat jetzt total Schaden Äh Ey, tut mir echt leid Aber, es war wirklich so Der hat mich erwischt, wie ich mit seinem Bagger gefahren bin Und dann wollte ich schnell abhauen Geist Äh Äh, wolltest du eigentlich aussteigen? Äh Okay Ja, ruhe dich ein bisschen aus, war ja ein bisschen Stress für dich heute Ja, warum machst du eigentlich immer noch den Linker an? Den hast du wahrscheinlich angemacht auf deiner Flucht War das der Richtige? Ja, war der Richtige Ähh Ja So ein Scheiß Ey, wenn das rauskommt, dann sind wir unseren Posten bei der Gemeinde los Falschaussage und blablub Was für eine Falschaussage, er will uns das nicht glauben, das ist ja nicht falsch Das stimmt Hm Er glaubt uns das ja nicht, aber Es ist, es ist ja aber so Ja, eigentlich schon Ey, wenn uns nachher einer Jeder, der uns jetzt über den Weg läuft, nachher bei der Versammlung oben Oh, warte mal, wir müssen gleich hochfahren Oh, äh, jeder meine Hab noch einen schönen Arbeitstag Jo, bis später, tschüss Bis später Aber bis gleich Jo Äh, gib Schon zu weit weg Ah Ah Hoffentlich kommt es nicht raus Ja, der Harry ist schon auf dem Weg Harry, hallo Jo, hallo Jo, fahren wir hoch? Jo, wollt grad hoch, hab nur noch die Runde fertig gemacht Das dann, äh, später weiter Jo Jo Okay Ha, überholt Das wär auch mal was, ein Rennen hier, ein Bergrennen Jo Ja, coi Jo 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 Ich wollte dich sogar abhauen, als ich gesehen habe, dass der Hans auf der Seite liegt. Ja, der kommt natürlich wieder mit der kleinsten Maschine hier hoch. Hallo, der Herr Hofer keine Geld mehr für die Wäsche hatte. Der Hofer arbeitet vielleicht einfach was. Nicht so wie du. Ja, ich habe nichts zu arbeiten. Ja, siehste. Hallo Harry. Bei uns sieht man nur, dass die Maschine gepflegt wird. Ja, bei mir ist er auch gepflegt. Das alte Ding. Bei uns ist sie gepflegt, weil das eine der teuerste Maschine ist, die es gibt. Ja, ein bisschen Dreck muss sein. Ich habe gehört hier in dem Schuppen, da soll ein bisschen Bier drin stehen. Ja, das ist das Ding. Ja, das ist das Ding.